Willkommen zu einer hoffentlich besseren Folge als die der letzten. Ja, hoffentlich. Die letzte, die war ja... Katastrophe. Ja, irgendwie schon. Wir haben dreimal den Spielstand neu laden müssen. Weil nicht wir, sondern Concorde zu doof war, ein Dach... Schnauze! Du hättest es fünfmal nicht geschafft. Ich hatte nicht einmal einen Versuch. Konnte mich gar nicht unter Beweis stellen. Das nächste Mal machst es du. Und dann hab ich die Ruhe. Jo. Geht's wenigstens gut. Ich steh mir grad vor der Baum, bist du. Mehr mach ich nicht. So, so. Ich fälle, du räumst ein. Teamwork! Verweis, komm halt endlich! Mach das nicht. Das irritiert jetzt ein bisschen, dass wir bei dem einen Roten, bei dem anderen Lila haben. Nein, wir haben doch jetzt... Weiß, weil... Ne, ich mein, bei den Höhleneingängen... Haben wir zweimal Lila... Das ist überall verschiedenfarbig, Mann. Ja, da haben wir zweimal Lila... Ja, weil die immer so ähnlich ausschaut. Ja, also Lila... Also gelblich ist immer noch... Also das richtig Gelbe, das sind die zwei, die wir noch nicht erkundet haben. Die anderen, das war ein bisschen Fail, ja. Und jetzt wird schon wieder dunkel, ey. Die anderen Teilen, die haben echt drei verschiedene Farben, ne? Die haben echt drei verschiedene Farben. Das war aber echt schwierig, irgendwie die Farben. Die haben einmal so... In Richtung Rosa, das andere ist richtig Lila und das andere ist rot. Das ist echt Peppers. Ich hab mehr Anläufe gebraucht, aber irgendwie... Naja. Wollen wir kurz schlafen? Oh mein Gott, das ist ja so... Das hab ich auch noch nie gesehen. Hm. Wenn ich so einen Baum fälle, ne? Und der dann unten angekommen ist und umgefallen ist, staubt das überall. Ah, cool. Das staubt so richtig dort, wo die Dinger... Okay, jetzt nicht, aber vorne hat's... Kann man schlafen? Mensch. Ähm... Nein. Nicht. Nein, gut, dann komm ich wieder. Ich acompanister, ich will... Ja, dann... Ach, das ist klar. Am Glück sehe ich hier rein gar nichts якireantodadada. workoutlabtu... ah, das ist die volle. Mhm. Hu. Ah, wir haben wieder sucht. lasst mich mal ganz kurz den baumstamm dahin dankeschön ich habe die falsche waffen land ja ich hab die axt ja was bringt es denn überhaupt irgendwie laufen trotzdem gegen die mauer schön aussehen cool aussehen bist du drin in der mauer was mach ich denn kaputt ach da ist immer noch einer drin hä wie ist die da angekommen hä hä ich seh die nicht immer ich verbreite deine momu du Kuh schau'n kinder zu glaub ich vielleicht dein kind mein gott du bist ja ein TV-Star das habe ich ganz vergessen oh mein gott ein TV-Star ich bin mit einem TV-Star auf alle einsamen Inseln naja so einsam ist genau wieder nicht aber nein ziemlich bewohnt tausende von Fleischfressern das bringt ja gar nichts wenn ich jetzt die ganz ich glaub einer ist krass voll in die Falle rein glauben hat man das ganz schön ja das ist mir jetzt wurscht komm guck mal ob wir schlafen können ja gut der hat's überlebt ich kann nicht schlafen die Fallen die sind einfach nutzlos oder auch diese richtig fette Falle ja das mir trinkt ja nicht ein bisschen traurig ich dachte sogar dass die vielleicht Mutanten tötet sogar auf einen Schlag ja wenn sogar so ein normaler Kack ach das Ding ist voll was warum noch mal zweit nee warum ich der Baum mache ich mir Rüstung wenn wir das voll haben dann hau' ich mir Rüstung rein auch relativ gut dann hau' ich mir immer volle Rüstung bin ich voll bin ich voll New York もう merkt wenn das Rand voll ist können wir uns beide einfach mal volle Rüstung machen voll du bist lustig stimmt gar nicht ich bin noch nicht mal bei der Hälften 關i jetzt eigentlich voll du bist voller rüstung so das war es jetzt und ich kann mir noch eine rüstung machen ich habe ja noch so ich habe jetzt drei viertel rüstung ich habe nur ganz bisschen ist noch ein bisschen frei drei viertel und die drei rockdinger sind voll warte jetzt können wir glaube ich schlafen das wäre schön das sieht gut aus dann gute nacht gute nacht schatz ich dachte jetzt funktioniert es wieder nicht guten morgen schatz guten morgen schatz so äh ich muss erst mal was essen oh ja essen ist gute idee wieso tue ich denn da jetzt ist doch damals ich habe einen fisch reingehauen ich es noch nicht fertig nehmen in karen nach der kran ist ja noch tausend aber ich hatte noch nie dass du unten stehen dass ich mich sauber machen soll weil ich voller blut bin nicht damit du dann die arme ist anschauen als voller blut und das ist bei mir noch nicht einmal passiert diese animation so los steht direkt davor weil die habe ich doch gestern das gefällt dem baum doppelt besser ja vielleicht ist es doch nicht so schlecht wenn sie ein bisschen nachwachsen lassen es mal ist es jetzt an oder auch immer noch andere und vielleicht sehr wir brauchen jetzt doch ein bisschen viel holz vielleicht ist es doch jetzt ganz praktisch wir können es ja dann irgendwann mal wieder ausmachen wenn wir aber ein bisschen wieder platz haben möchten du bist du daran so sehr schön ja ich komme wieder okay jetzt folge was auf unsere falle gefallen aber es ist nichts passiert naja die bringt eh nix die falle ich glaube das ist nämlich oder sowas was will denn da bitte auch überhaupt rein weil da müsste man von vorne frontal drauf zu laufen das ist ich glaube nicht mal aua mein hase ist und so hopp jetzt hat es gerade gekoppelt so dann fällt jetzt mal diesen böhmchen dieses böhmchen die andere ist eigentlich aus ja die andere ist ausgelöst ich glaube das hat fast mehr sind wie andersrum ne das hält sie wenigstens davon ab dort lang zu laufen ja sehr gut du musst sie von hinten nachmachen herrlich wenigstens weiß ich dass es keinen schaden auf uns macht es kommen halt ne 20 ist nicht die maximal ding ach so du hast gesagt 30 von ihnen von den bären schaden treiß dich von jeder sorte du legt hier einen baum schaden komm du hast ja eigentlich den schlickeren job einfach nur baum fällen ich muss die dinge wieder finden die rollen wieder hin müssen wollen aber ich glaube so funktioniert das fast am schnellsten wenn einer fällt und der andere ganze halt hin und her fährt ja wahrscheinlich ja es regnet ja stimmt jetzt könnte es mal wieder regnen das stimmt es hat jetzt lange nicht mal geregnet naja ja aber ich meine die dinge waren schon wieder fast leer war nur noch ein was drin bei einem bissl was sicher ja ich habe ja heute was getrunken was er vorhin ist das ist auch schon wieder 15 minuten wir haben nur noch 5 minuten ei 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 das kann es doch richtig sein die zeit vergeht in dem spiel so das ist dermaßen so jetzt helfe ich dir mal kurz ein bisschen ich wollte c drücken mich gehe ich lebe ich lebe wo hast du den ganzen baum stimme hin auf meinen wagen so schnell ganz schön viele jetzt müssen die lockt auch wieder voll sein endlich können wir dann jetzt wieder loslegen mit bauen ich bin zu behindert ja das wissen wir alle dort zwei locks an erhalt in meine bombenfalle ist auch noch keine reingelaufen bist du voll ich suche gerade ein bisschen noch zusammen weil die sind ja gerade ein bisschen verteilt gewesen was habe ich denn neun noch ganz voll bin ich nicht ja ich finde gerade keine anderen mehr ja die habe ich doch alle gefunden da wird verteilt oh nein was ist das ich will so um Wasser zu landen ich bin tot was ich lass dich sterben wieso das hat keiner ausgeschaut aber meine richtung ist ganz alter wie unfair warum muss ich die ganze zeit dran glauben wie hast du das gesagt was ist mit meinem wagen los da fliegst du einfach mal 30 meter hoch ach du scheiße ich habe gar nicht gewusst dass man so hoch fliegen kann im spiel ich nehme mal meinen wagen da ich versuch's ja es geht nicht doch das geht ja guck dann hat's man schon na, hat's gut gemacht ich nehme mal deinen und wieder hoch ACHO was 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 warum musst du auf mich schreien du blödsack was ist denn jetzt los mich ich ich bleibe dir weg wirst du mal ja ein fuhr geht noch das schiff nun will ich noch fertig machen ich habe die große form ja ich habe überlegt habe ich superman spielen soll da war hat nicht so ganz funktioniert ja dann mach du den auch jeweils den anderen da hinten ich sollte mal ein medic nehmen es wundert mich jetzt dass ich nicht gestorben bin das sind zwei rehe vor unserer haustür ich sehe es nicht bewegen doch alles ich wollte das andere ausgerufen sehr schön wo bist du da bist du ja daneben geworfen das ist das ist eh folgendes ach komm wir holen jetzt noch die lokschlitten dieses 1 leer und umgekippt das ist nicht meins sondern deins ach lauer meins kippt nicht um meins nicht ohne meine erlaubnis meins war voller loks wieder zwei eigengeborene ich verstecke mich ich verstecke mich vielleicht sehen sie mich nicht vielleicht sehen sie mich nicht äh ich fällt schon mal ja ich glaube sie haben mich gesehen die springen rum erst so blöd rumschreien und alter alter ok jetzt chillt mal eure und warum sind es plötzlich viele ja viele ja macht meine blöde rüstung wieder kaputt ja ja meine meine ja weil die schlagen immer im richtigen augenblick ne ja das ist pervers was ist jetzt irgendwie ja die sind gerade alle weggelaufen so viel waren das doch gar nicht so leute toll jetzt weiß nicht mehr welchen baum ich angefangen habe zu abhacken seid so nervig das ist unfassbar ich warum war denn das jetzt war das der hier ich glaube das war der hier es ist eh folgendende wir müssen uns ein bisschen beeilen das ist Na der ist gerade, ich hab, der ist gerade über den Schlitten, weil da war ja mein Schlitten, ne, der, 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 äh, Holz-Ding, Schlitten-Dingsbums da, der stand in nem Weg und dann ist er so wie, so, so Parcours-Läufer, kennst du die? Naja. So, so, so über den Schlitten drüber gehüpft, so, so geslidet, wie den ganzen Action-Filmen, wenn die über die Motorhaube von dem Auto drüber sliden, so ist er einfach drüber gesprungen. Freestyle-mäßig. Ja, wirklich, jetzt. Voll gut. Ein Baum hab ich noch gemacht und dann komm ich jetzt rein und dann... Wut. Ich hab grad zwei Leichen reingetragen, ist noch irgendwelche Leichen hier? Ja, das sind noch da hier. Da musst du die Leiche, ich den... Ja, ich war ein bisschen aggressiv. Ja, sieht man gar nicht. So. Ist zwar nicht voll der Schlitten, aber ja mach halt zu, Depp. Entschuldigung, das ist wie der Ernst. So, ist alles voll, oder? Ja, gut, sehr schön. Brauchst du eigentlich Knochen? Ja, da willst du eher keine Bahn. Dann lass ich dir das einfach mal da rein. Ich kann vielleicht jetzt mal auf den Lizard-Skin. Ach ja, die Folge ist halt zu Ende, ne? Ja, stimmt. Ach Gott, wir sind voll überzogen jetzt. Ach, verdammt. Egal. Ähm, danke fürs Zuschauen und... Danke fürs Zuschauen. Wir wissen uns. Bühühüh. Tschüss. 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 Hüpfen wir da rein.